Hallo und herzlich willkommen bei der Scooter Schrauber. Heute wird das mal ein Infovideo und zwar geht es ja heute hier mal ganz entspannt weiter und zwar stehen alle Roller hier versammelt drinne und ja im Grunde ist das eine kleine Ankündigung aber es geht hier um diesen also um den Yamaha und da habe ich Neuteile für bestellt das heißt ich habe drei Neuteile bestellt für diesen Roller und das werdet ihr natürlich in dem Video wieder sehen wo ich das ein oder andere dafür verbaue aber wie gesagt es soll eine Info sein dass sie auch zwischendurch noch mal was mitbekommt aber die Teile brauchen paar Tage bis sie eben da sind ansonsten der Roller läuft so ganz gut also ich bin recht zufrieden aber ich habe mich entschlossen hier noch ein bisschen was rein fließen zu lassen dass der Roller noch besser dasteht er soll ja so gut wie möglich aufgebaut werden bis er irgendwann dann wieder zerlegt wird und komplett aufgebaut wird aber das wisst ihr ja schon eins nach den anderen jetzt ist natürlich erst mal wie fährt er fährt er gut bleibt der Motor auch entspannt dabei und dass ich da erst mal ja ein paar Tage paar Wochen mit fahre um zu sehen wie verhält er sich bevor ich hier noch mehr Geld rein schmeiße sozusagen muss er sich jetzt erst mal beweisen auf jeden Fall es geht ja dann immer noch wieder weiter mit einem anderen Roller jetzt wird das Wetter auch schöner jetzt kann man auch schon mal wieder vor die Tür gehen das ist schon mal ganz gut zumindest ist es heute so und ich hoffe dass das Wetter auch demnächst so bleibt es wäre natürlich schön schön gut das soll es erst mal von meiner Seite heute gewesen sein auf jeden Fall freue ich mich schon auf die nächsten Videos die wieder kommen und die ich extra für euch dann auch gleich wieder schneiden werde na sicher das ist doch ganz klar auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag entspannt euch genießt die Sonne geht an die Luft und ja genießt es einfach bis dann tschüss euer Scooter Schrauber